Und das Umsetzen ist ja das, woran es oft krank. Ja, es wird geredet, es wird definiert, es werden irgendwelche Pamphlete und Papiere aufgesetzt. Ich glaube oftmals, ja, kriegt man eher so Angst vermittelt. Ja, wenn man jetzt nicht loslegt, dann ist man als Unternehmen abgehängt. Gerade wenn ich so aus der Unternehmensbrille aufschaue, weil da habe ich die letzten 20 Jahre meines Lebens verbracht, da hat sich für mich so ein bisschen herausgestellt, dass in den vielen Fällen die gefühlte Macht so eine mathematische Funktion aus Budget und Plan stellt. Industrie 4.0 ist auch durchaus ein Thema und ich meine, das Ganze wird eben digitaler. Dieses eigentliche Machen und Tun und probiere es doch mal aus. Weckt an mancher Stelle auch viel, viel mehr Neugier und auch einen Willen etwas zu machen.